Zweitagabend in Österreich. Die große Showbühne steht bereit. Stamania biegt ein in die Entscheidung. Ganz lieb, vielen Dank. Thank you. Thank you very much. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier begrüßen darf. Seien wir uns ehrlich, es war auch ein bisschen an der Zeit, ein bisschen frischer Wind für den Laden. Tut nicht schlecht. Willkommen zur ersten Finalshow. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie. Wie gewohnt nicht alleine, sondern mit der besten Unterstützung, frech und pointiert, die man sich wünschen kann. Alles muss man alleine machen. Herzlich willkommen bei Stamania. Unfassbarer Traum. Sie werden es nicht glauben. Ich habe im Moneymaker Outfit von der Arabellas der Mania eröffnet. Es war ein Wahnsinn, aber dann doch ein bisschen Wurst.